3, 2, 1, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Peats with Robot Fights. Heute mit Peter, Sepp, J-Brahlm. Wir bauen heute den Vorschlag von der Webseite. Den Namen habe ich vergessen. Super Cozy, Super Cozy. Alter, Super Richie. Super Cozy hatte ich rausgesucht. Ähm, was? Er erinnert mich an Super Richie. Der war lustig. Er hat Super als Vorher. Der war super lustig, ja. Mhm, genau. Er ist so geschnitten wiegt. Natürlich, also wir bauen heute ganz normal, ähm, keine Pistons, keine Stoßdämpfer. Ansonsten darf alles gebaut werden, so viel wie man möchte. Ähm, es gibt also kein Anzahl-Limit. Ähm, nur am Ende wird geguckt, bei Motoren, Reifen, Schubdüsen und Steuereinheiten, wer am wenigsten hat. Und der kriegt noch ein Leben drauf. Pro Kategorie. Also kann sein, dass einer fünf Leben dazu kriegt. Wer weiß. Moment, vier, oder? Ähm, Reifen, Motoren, Schubdüsen, Steuereinheiten. Haben wir sonst noch irgendwas Elementares? Ne, ne? Ne. Ich glaube, das waren die vier Kategorien. Einzelne Blöcke. Ich bin aber überlegen, Schalter. Farbe. Schalter und Knöpfe. Ja, aber das ist ja Steuereinheit mehr oder weniger, oder? Ähm. Ah, nicht zusätzlich läufig. Ja? Okay. Ja gut. Also wir bleiben bei vier. Wenn du, wenn du, wenn du, ne ja, Schalter geht auf jeden Fall, wenn du verschiedene Schubdüsen in verschiedene Richtungen zeigen lässt. Definitiv gehen Schalter. Also du machst nicht nur Steuereinheiten damit. Also nehmen wir noch Schalter und Knöpfe rein. Kann man potenziell machen. As you wish, my lord. Okay. Also nehmen wir noch Schalter und Knöpfe rein. Haben also fünf. Dafür habt ihr 30 Minuten Zeit. Und die laufen in drei, zwei, eins. Jetzt. Viel Spaß. Hallo. Ja, ich bin sehr gespannt heute, wer wie viel bauen wird. Ähm. Haha. Das wird nur lustig. Ich könnte mir vorstellen, Sebastian baut sehr wenig. Jay wird sehr viel bauen. Bei Peter bin ich mir unschlüssig. Ich könnte mir eher viel als wenig vorstellen. Ja, und bei Bram ist auch so ein Medium. Ich glaube, Bram interessiert dann alles nicht. Der wird bauen, wie der das für richtig hält. Waren schräge Reifen okay, wenn keine Schubdüse nach unten. Äh. Macht ihr mal. Okay, also dann wollen wir mal. Ach, scheiße. Ich habe völlig vergessen, wer hat das letzte Mal gewonnen. Äh. Peter hatte ja gewonnen. Das ist ja Wahnsinn. Gehen wir mal zu Peter. Ich hole mir mal mein Auto ab. So. Wenn Peter mir mein Auto spawnt, mache ich immer Pause. Muss ja keiner wissen. Ähm. Peter! Christian! Hast du noch dein Auto von letztem Mal? Mir ist aufgefallen, du hast ja letztes Mal gewonnen. Äh. Ich checke. Was hatten wir denn letztes Mal? Ja, das war so ein kleines Ding, was so schrägen nach vorne hatte. War das dieses... Ja, diese Höhe. Äh. Ne? Hier, wo du den Kasten gebaut hast und dann da reingebaut. Ja, wie könnte ich das denn genannt haben, wa? Ja, das ist eine Frau Jut-Frage. Also ich bin einmal durchgescrollt. Ach, wie kann ich das denn genannt haben? Schmurm. Ah ja. Nur im Schmurm, habe ich es genannt. Nice. Nice. Ja, da ist es. Dankeschön. Muss ich mir das nämlich mal absprechen? Ähm. Gar nicht ob wir es. War nur eine Minute. 20 Minuten, 5 Minuten später. 25 Minuten. Ja, ey. Das fällt den Leuten viel weniger auf, als du denkst. Also zumindest denen, die teilnehmen. Na, das kann man auch noch wieso. Was ist los? Kann man nicht normalerweise, wenn man dieses Ding platziert, mit den Falltasten da oben fahren? Kann ich nicht mehr. Ach, die sind not set. Ah, lol. Ich habe die Steuerung geändert. Oh mein Gott. Ja, geil. Ich kenne mal egal. Äh, worauf? Was machst du denn du eigentlich? Genau, das wollte ich wissen. Ähm. Ich möchte gerne... Du hast so ein paar Schubdüsen, wie ich sehe. In alle Richtungen. Ich möchte gerne keine Reifen benutzen. Ich möchte gerne keine Steuereinheiten benutzen. Und ich möchte gerne keine Motoren benutzen. Also nur Schubdüsen. Oh mein Gott. Und damit hoffentlich drei extra Leben bekommen. Wobei, das wird sich dann erst noch zeigen. So, was habe ich auf der zwei nach rechts? Ne, das ist nicht gut. Das muss ich nochmal ändern. Okay. Also ich weiß nicht. Wir erinnern uns ja, glaube ich, alle noch immer ganz gut an den... äh, an diesem Block, den Jaymer gebaut hat. Der auch nur aus Schubdüsen bestand. Damit war der eigentlich ziemlich gut. Mhm. Äh, was habe ich denn auf der drei? Nach hinten. Könnte der Weg zum Sieg sein. Wer weiß. So, jetzt sind es nur noch 22 Minuten. Wer weiß. Guck mal. Ich weiß aber auch noch nicht. Ich gehe mal bei dem Rest gucken. Was die so für ein Quatsch machen. Jo. Äh, da. Okay, das hier war nämlich Peders Fahrzeug. Was hat denn das gemacht? Oh, lol. Kenny, den Peders Excited-Modus. Was ist los? Ja, guck mal. Oh, warte, warte, warte. Das ist... Oh mein Gott, Peders. Was ist los? Komm mal kurz her. Siehst du dein Auto? Siehst du dein Auto? Ja. Nee. Das hat der Peders Excited-Modus. Ja. Das ist auch stark. Okay. Oh Gott, nice. Ähm, was haben wir denn hier noch? Ah ja, lol. Ah, das wird zum Wiederaufstehen. Eigentlich ist das Ding, ähm, sogar tatsächlich eine gute Konstruktion. Denn die ist sehr minimalistisch, hat aber trotzdem eigentlich alle Funktionen, die du von so einem Fahrzeug erwartest. Von Schubdüsen, die eigentlich Kraft liefern. Du kannst, du kannst andere versuchen hochzuheben. Du kannst dich selber umdrehen. Aber eigentlich war das schon ein ganz gutes Ding. Fährt sich halt nur leider absolut Schrott. So, da müssen wir jetzt noch an den Bergfest tackern. Die anderen haben aber noch easy 21 Minuten Zeit. So, was macht Bram denn hier Schönes? Wo ist der denn? Da. Hallo. Hallo. Der Reifenmaster, 5000. Ja? Alter, das ist ja hier eine Orgel. Bist du denn, wir brauchen eine Power. Ja, ich sehe das schon. Du hast aber die Power der Schubdüsen und nicht die Power der Motoren, wie ich das jetzt sehe. Ja, äh, noch habe ich keine Motoren. Ich weiß nämlich noch nicht, wohin die kommen. Alter. Ja, das ist ja eine Mega-Rampe. Ah, wobei, oh mein Gott. Das ist das Ziel. Kannst du da... Das ist das Ziel, eine Mega-Rampe zu haben. Achso, das ist ja vorne, kannst du hochheben. Ja, okay. Ja, top. Sehr gut. Was musst du denn noch großartig ändern? Ähm, ich will jetzt gerade noch eine Konstruktion bauen, die dafür sorgt, dass ich einen festhalte. Müsste der, also ja, von vorne müsste der ja sowieso auf die drauf liegen bleiben, oder? Also... Sind sie richtig einknasten? So richtig einknasten. Aber den musst du ja auch wieder loslassen. Quatsch. Okay. Nicht. Okay. Oh mein, das ist jetzt kompliziert. Guck mal jetzt. Diese Pins ist... Äh, 16 Minuten noch? Also noch nicht mal Halbzeit. Alle Zeit der Welt. Das ist schon echt fortgeschritten, muss ich sagen. Dann 35 Schubdüsen. Äh. Da kommt der Finger dran, oder? Okay. Bis gleich. Bis gleich. Der Bram, der Bram. Die alte Quasselstrippe, ey. Kann man einfach nicht klappern. Alter, Peter. Bisschen mehr Anpressdruck wäre aber auch vonnöten. So. Hallöchen. Hallo. Ähm. Das sieht ja... Warte mal, was... Oh. Was geht? Das sieht nach einer Menge Schubdüsen aus. Ja, ich dachte mir so, ne, wir können ja. Also, können wir. Ja, ja. Oh, nicht shit. Einmal husten. Raus. Ja, könnte sein, das habe ich auch mehrere Knöpfe extra, weil... Ähm. Ja, wer weiß, wie die anderen so bauen. Also, ich erwarte eigentlich von Jonathan, dass er irgendwas mit 5 Millionen Schubdüsen... Ja, da war ich noch nicht. Aber irgendwie erwarte ich das auch. Also, deshalb muss ich da einfach gegenhalten. Und meine Taktik ist jetzt nicht so ein krasses Gerät zu bauen, was jetzt mega groß ist oder irgendwie da, äh, also in die Breite geht und so. Ich wollte was super Flaches bauen, was aber... Der muss ja auch nicht groß sein. Genau. Was, 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 äh, quasi das abkannen. Also, wenn, wenn, wenn da so ein Riesenblock auf mich zufährt, dann prallt der einfach von mir ab, weißt du? Mhm. Dann, äh, habe ich da vielleicht den Vorteil, dass ich den einfach über mich drüber kriege. Äh, das wäre cool. Jetzt willst du zur Seite aufstehen oder was machst du gerade? Genau, ich wollte, also so ein Dach bauen, dass quasi die Leute auch über mich drüber fliegen, wenn sie auf mir landen. Ich die aber wegkicken kann, beziehungsweise mich wieder aufrichten kann. Das wäre ganz gut, glaube ich. Ähm, aber... Doppelfunktion, sehr gut. Ja, aber das beschränkt mich natürlich in meiner Bauart, äh, weil ich hier jetzt nicht so viele Schubdüsen noch drunter ballern kann. Aber, ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm. Ich wollte gerade sagen, nicht so viele, also ich... Könnte nämlich sein, dass es auch ein bisschen viel ist, aber ich gucke mal gerade. Also, ich kann so hoch machen, wenn man da die Reihe ist, auf jeden Fall zu viel. Das ist im Weg. Ist nicht so gut. So. Ich kann nämlich auch so hochfahren quasi. Das ist ganz gut, glaube ich. Ja. Das ist... Ja. So, falls ich mal wen wegdrücken muss, dann habe ich halt so eine Wand zum Wegdrücken. Äh, falls ich doch wiedererwartend der aller, aller stärkste werde, ähm, dann könnte ich zumindest die Leute so wegdrücken. Aber, äh, mal gucken, ob das dann nachher auch wirklich so ist, aber... Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich fahre auch, also wie gesagt, ich habe noch nicht alles gesehen, von daher könnte ich dir das nicht mal sagen. Mhm. Äh. Ah, lol, das stimmt, du hast ja gar keine Motoren. Ich habe einen Motor. Einen Motor. Achso, stimmt. Könnte echt ein bisschen wenig sein, weil der ist, äh, überschaubar, so, von seiner Leistung. Also, wenn ich so fahre... Wow, ey, du bist so schnell. Hä, wieso, wieso, wieso gehen denn meine Schubdüsen an, wenn ich... Du hast die Schubdüsen an den Sitz angeschlossen. Hä? Was habe ich denn für Quatsch gemacht? Wieso? Ich dachte, das wäre so gewollt, weil du nur einen Motor hast. Hä, nee, was habe ich denn da gemacht? Wir wollen nicht hier den Rückwärtsantrieb. Ah, okay. Ja, ist ja noch Zeit. 13 Minuten, also noch. Jetzt gehen wir mal gucken, was der Jonathan da so macht. Jo, bis gleich. Ups. Hä? Ich dachte, das wäre Absicht. Also, es schien mir jetzt relativ clever, wenn man nur einen Motor macht, dann auch die Schubdüsen mit einzubinden, wenn man nach vorne fährt. Kein Problem. Jonathan. Was erwarte ich von Jonathan? Von Jonathan erwarte ich, wenn man dem Jungen sagt, es gibt keine Grenzen. Ah. Wir wissen alle, was wir erwarten. Aber hey, vielleicht überrascht der Bub uns ja. Aha. Ah. Er ist so ein bisschen sein Favorite geworden, muss man sagen. Ne? Also diese... Boah, das ist aber auch ein Monster hier. Holy shit. Und ja, okay. Pfff. Alter, wie... Wann hat der denn mit den Schubdüsen vor? Wenn der die Eins drückt, fliegt der direkt bis nach Meppen Süd. Ey, Jay, du hast da so ein, zwei Schubdüsen noch nicht angeschlossen. Ja, ich weiß, die kommen noch. Okay, krass. Wenn nämlich immer... Wenn nämlich hier wieder Mr. Greifmeister Bram kommt, dann drücke ich einfach den Knopf und dann fliegen wir einfach gegen den Himmel. Ja, da hab ich mir auch... Ich hab auch schon gesagt, wenn du die Eins drückst, fliegt der dann Meppen Süd, ey. Also... Oh, erstaunlich. So viel kann ich sagen. Ähm... Lass mal gucken. Also du hast Motoren gemacht, du hast Schubdüsen, du hast Schalter, du hast Reifen, du hast... da oben was zum Umdrehen, vorne was zum Wegschieben, ja, ne? Ja, irgendwie so. Kannst du das so komisch... Das ist so, du kannst das so waagerecht klappen, ne? Oh, fuck. Das ist nice. Zeig ihm den Finger. Genau den. So. Ja, perfekt. Das ist so. Äh... So. Ich höre Schubdüsen. Mich halt irgendwie noch verbinden. Na, nicht wie. Besten so. Na ja, guck dir das an. Sonnenstrahlen, wie schön das aussieht. Alter, das knallt ja nie die ganze Zeit. Ja, das ist diesmal ein größeres Monster, was ich da gebaut hab, muss ich auch sagen. Ähm... Ah, du hast das gerade runtergefahren, oder? Ja, ja. Ah, okay, ich wollt grad sagen. Das sieht irgendwie falsch aus. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott, die sind alle nach unten. Ach, deswegen. Oh mein Gott. Ja! Ich dachte, die werden irgendwie nach vorne oder irgendwie sowas, aber... Oh, holy shit. Wenn ich hier am besten hin mache. Ja, zehn Minuten habt ihr noch. Ähm... Da ist ja noch ein bisschen was drin. Ja, wunderbar. Aber jeder ist auch schon relativ fortgeschritten, muss ich sagen. Mach noch mal eine Runde. Mach mal. Ja. Also zum Glück... Ich hatte kurz die Befürchtung, dass wenn du halt kein Limit gibst... ...man sich eventuell übernehmen könnte. Ne? So nach dem Motto, ich baue jetzt irgendwie 40 Sachen und werde dann irgendwie aber nicht fertig, weil ich nur 20 anschließen kann. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Sebastian scheint relativ fortgeschritten zu sein. Jay genauso. Bram war auch relativ weit. Der baut nur noch Sachen dran. Peter ist die ganze Zeit am Testen. Ähm... Seine Flugeigenschaften. Bei Peter sehe ich halt wieder das Problem... Der kann jetzt super fliegen. Okay, what the fuck. Ein Rubikus. Er kann jetzt super fliegen, aber sobald er irgendwo gegen fliegt... Ähm... Wobei, er fliegt ja gar nicht. Das ist eher so ein Hover. Entschuldigen Sie mal. Bullying. Soll er ein Rubikus sein? Äh... Ne, aber gute Idee. Ich dachte, wir gehen Farben. Ja, pass auf. Die Farben sind folgendermaßen gedacht. Ich darf nicht die Übersicht verlieren, wo vorne ist. Also, wo quasi, in welche Richtung... Oh, du bist ja clever. Das Problem ist, ich verliere trotzdem die Übersicht. Grün ist vorne. Ah, okay. Das merke ich mir auch immer, aber ich muss immer mit der Kamera mitgehen, weil sonst drücke ich die falsche Taste und bin halt raus. Kann man die Kamera in dem Spiel nicht feststellen, sodass du immer irgendwie... Oh, das wäre... Das ist eine gute Frage, ey. Glaube aber fast nicht. Das heißt, ich steuere mit der Link... Doch, Vehicle-Camera-Mode. Da gibt's Free-Camera und... ...Follow-Camera und Strict-Follow-Camera. Aha, aha, aha. Wo finde ich denn das? Unter Display. Ah, Follow-Camera, Strict-Follow-Camera. Okay, was passiert jetzt? Oh, lol, Alter. Ich spiele nur ein Borderless-Window. Das ist eigentlich kacke. Okay, da hat man keinen Unterschied. Scheiße, Moment. Die Play mal Fullscreen. Kann sein, dass jetzt alles kaputt geht, aber... Ich muss auch auf Play drücken. Ja, irgendwie ist nichts passiert. Nice. Okay. Das hilft tatsächlich. Okay, nicht, wenn ich mich dreh. Dann ist es verwirrend. Achso, dann ist die Kamera hinter dir und du bist da... Bist du... Dreht sich die Kamera dann auch um, dass du auf dem Kopf bist? Ja. Okay, das ist ja mega-weird. Warte, das Problem ist. Also zumindest hat sie es gerade, als ich mich in der Luft gedreht habe. Moment. Achso, nee, okay. Jetzt ist die Kamera wieder normal. Ja, Strict Following. Ja, okay, die wechselt dann so komisch. Jetzt bin ich sofort bei Jays. Muss ich aufpassen. Oh, nein! Ich glaube, ich steuere doch lieber selber die Kamera. Das verwirrt mich total. Ja, ich find's auch irgendwie eher hinderlich. Okay. Ja, für deine Tests hast du... Also deswegen ist jetzt halt auch nicht mehr so viel passiert, ehrlich gesagt, weil... Naja, das ist halt... Ich will so wenig wie möglich bauen, damit ich die Extraleben bekomme. Aber, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch verbessern kann, ehrlich gesagt. Ja, hey. Wenn du frühfällig bist, ist ja nicht schlimm. Das ist jetzt nicht wie bei den Klausuren früher in der Schule oder so. Hey, hast du auch Seite 2 gemacht? Ja. Es gab eine Rückseite. Oh shit, wo fliege ich denn jetzt hin? Also, ja, dann gucke ich mal, was Brom da hier noch so macht. Ja. Wenn man mal ganz ehrlich ist, irgendwie ist das nie einem passiert mit diesem O. Es gab eine Rückseite. Jeder hat es gecheckt. Wenn der sich die Arena entert, ist immer... Ich seite mit Modus an. Ach du Scheiße. Brahmin, warum? Das wird bangen wie Drecksau... ooooooooh ooooooooh Na ja gut Ahem Du hast noch so Ärmchen gemacht Alter Das ist überall Käfig Ne was ist das? Also, ne das soll noch nicht Moment, hier ist ein Problem Äh, ist das die 2? Jo Weil dann den macht So So Was fehlt denn noch? Ähm, ich muss noch Ich muss ein bisschen Gönnen Richtig Schubdüsen, ja das ist wichtig Ja, dann mach du mal fertig Oh Shit Oh Leute, wieso fahr ich den jetzt? Geht nicht Ja Ach Ja, also Bram ist gerade im hochkonzentriert Konzentriertheitsmodus Ich weiß doch echt nicht, was der mit diesen Ärmchen da machen will Der weiß doch Also gerade er weiß doch, dass die Dinger einfach nur backen werden Oh mein Gott Naja Aber hey, Leute festhalten Vielleicht funktioniert das ja Drei Minuten hat er dafür noch Etwas weniger sogar Ähm, gucken wir mal Ob sich bei Sepp noch was getan hat Ich bin mir bei den Schubdüsen aktuell Muss ich sagen Unsicher, wer die wenigsten hat Das müssen wir nachzählen Peter auf keinen Fall Jay auch nicht Es wird ein Ding zwischen Sepp und Bram Aber Auch Sepp hat da ganz gut Schubdüsen Genauso wie und Bram legt gerade nach Also da müssen wir zählen Bei Reifen Ja, bei Reifen ganz klar Peter Äh, bei Motoren Oh, bin ich mir auch gerade unsicher Bei Motoren müssen wir nochmal gucken Ich glaube Jay hatte Motoren Sepp hat einen Peter hat keinen Bram hat Hatte Bram Motor Ich glaube er wollte noch einen machen Naja, müssen wir gleich mal gucken Äh, ich hoffe Ich hoffe Hier, ne Äh, wo ist er So, ich hoffe du bist zufrieden Ah, Hilfe Mein, mein Fahrzeug teleportiert sich Äh, ja Also ich bin Ich habe jetzt schon einige Fahrversuche gemacht Und äh Bin überaus zufrieden dafür, dass ich so ein Schlachtschiff bin Uiuiui Also ich Also Ich habe es noch mal ein bisschen an der Seite ausgebessert Wir haben jetzt auch noch hier so ein Die Kippfunktion Die Oh Gott Ja, ne Die packt überhaupt nicht Alles über Okay, das hat aber bisher Also das ist bisher noch nicht passiert Nein Ja, das ist zu weit nach unten Nein Muss das denn, muss das denn aufliegen? Also sonst macht das doch ein bisschen hoch Ähm, ne das liegt nicht auf Achso, achso Ne, ich meine einfach vom Winkel meine ich Also jetzt ist es ja im Endeffekt genau waagerecht Machst du halt irgendwie 5 Grad 5 Grad 5 Grad höher Wobei, oh Oh, wenn der bollert Oh, oh, oh Beim Zurückballern Ballert der mir halt voll rein Was ist denn jetzt hier los Das war die ganze Zeit nicht Ich habe es tausendmal gemacht Ha, du bist ja einmal gegen mich gefahren Scheiße Ey, gut Das wird das nochmal Eine Minute hast du was dazu ändern Ohhhh Ich schon mal, ich geh schon mal zurück Jo In die Zukunft Wait, durch die Knopf drücke passiert nichts Ah Scheiße Yes Hi, 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 hi Sepp Also, kurz vor knapp vor Ende Gibt es dann doch nochmal Probleme Sowohl bei Bram, der irgendwie was vergessen hat Äh, und bei Sepp Wo dein Auto plötzlich anfängt zu wagen Ja, Bram, du musst jetzt nicht anfangen zu malen Wenn du noch nicht fertig bist Äh, halbe Minute ist es noch Peter war zumindest fertig Ob der zuf... Also war ja auch zufrieden Muss er ja, sonst wär er ja nicht fertig Ähm, bei Jay... Joa, ich glaub Jay wird sich einfach denken Mal gucken, was dabei herauskommt Und dann können wir gleich auch anfangen Da muss ich mir am besten aufschreiben, wer viel Leben hat Ansonsten wird das hier knifflig Aua Was hat denn? Also Jonathan hat sein Fahrzeug schon aufgestellt Geil Aber was hat er denn gebaut? Oh Gott It's, äh... Wagen Weiß noch nicht so ganz, wer das ist Guck mal, der Dirty Sanchez ist das Guck mal, der Dirty Sanchez ist das Mit Schubdüsen It's, äh... Grumpy Das ist der Dirty Sanchez Was? Geil Ja, das ist ein Liederschläuzer Ja Ja, das ist mein Wagen Ich hab keine Schubdüsen verbaut Äh... Das glaub ich dir nicht Hä, ich seh keine Ich glaub dann kriegst du ein extra Leben für Schubdüsen, oder? Ja Ja, das mit dem Zählen machen wir, glaub ich, erst wenn alle Fahrzeuge stehen Ansonsten macht das keinen Sinn, weil sonst muss ich jedes Mal Kann ja jeder sagen auf, was er hat Ich hab die Schubdüsen nicht gezählt Achso, das stimmt ich auch nicht Das sind ja null Deswegen brauch ich ja nicht zählen Das schätze ich gleich einfach und dann ist's gut Ah, das sieht gut aus Geht ja nur, wer am wenigsten hat nicht am meisten hat Ist jetzt noch umgebaut, das heißt, sollte wieder funktionieren Bei Jay ist alles tutti Ihr wisst, was da drin ist und wie es aussieht Äh... Da ist viel Luft So wie in deinem Kopf Sepp, was hast du hier gebaut? Ich habe hier noch ein bisschen angemalt und äh... Habe ein... Ein Monstrum kreiert, möchte ich sagen Ein Monstrum Gar nicht so monstermäßig aus Es ist äh... Ich hab das auch gesagt Hier ist vorne Also, hinten ist vorne Wait, da ist vorne Ach, da ist vorne Angemalt Es ist Freddy die Schildkröte Freddy die Schildkröte Die unter seinem Panzer hervorlachen kann Ja, und sonst sich er versteckt und äh... Naja Schnell unterwegs ist Also ich bin heute schneller als der Hase Mal gucken Mal gucken Sieht aber ganz cool aus Ich mag die Farbgestaltung Ach grün Bram Meine Farbgestaltung ist leider nicht fällig geworden Ja, das macht... Iiiiih, das ist ja ekelhaft Da krieg ich sofort auch Roggenkrebs Oh Gott Iiiiih Ich hab's angefasst Das ist ja blau-weiß Ist ja echt eklig Alter Jaaa Zeigst du auf deine Reifen? Williams Farben? Ja Ja Da musst du drauf... Ne, zeig dich ganz auf die Reifen, Peter Zeig dir auf die... Ahja Zeig dir, wo du hinfahren musst Da musst du hinfahren Zeig dir auf die Achse Wow, wow, wow Okay Ja, das hat... Das hat Potenzial Hab ich schon festgestellt Holy Shit Ja, das hat leider... Da ging mir die Zeit aus, um das nochmal... War Christa gerade hier und er so... Ich kann nicht reden, muss fixen Hä, Bram, musst du dich da ein bisschen konzentrieren Und das ist trotzdem noch nicht perfekt Ich hab aber immer noch... Also die Funktion der Hinterreifen hab ich noch nicht so ganz verstanden, aber vielleicht kommt halt noch Die, die... du meinst die, die da fliegen? Mhm Ja, das kann ich dir sagen Das auf ganz... ich dachte mir bestimmt, äh... sind wir wieder so ne Situation mit Aufbocken Wie ich wohl richtig prediktet habe Und dann ist mir aufgefallen, dass man ja ganz oft dann hoch oben nach... äh... angehoben wird Und dann brauche ich halt irgendwie trotzdem Bodenkontakt Ja, gar nicht... gar nicht doof Okay Naja Kann funktionieren Mal gucken, ob das was wird Oder ob das hilft Oder ob das schädigt Kann ich dir erst, äh... nach 101 sagen Ich finde das voll krass, wie weiß dieses... also wie hell dieses Weiß ist Ja, ne? Ja, war geil, wa? Äh... Leuchtet einen gut aus für die Feste Ja, ja Ähm... Peter, du fehlst noch! Ja, ich finde es interessant, diese Autos zu sehen so Ist keiner auf meine Taktik gegangen? Kriege ich wohl einige Extra-Leben, würde ich mal sagen Peter hat einfach nur einen Block gebaut Äh... Peter hat keinen Motor Ich hab keine Reifen Ich hab keinen Motor Ich hab keine Steuereinheit Alter Da bin ich sehr gespannt Also... Warte, du hast nur Schubdüsen? Ich hab nur Schubdüsen Und vier Knöpfe Peter Den Zauberknöpfe gemacht Das krasse ist, wenn ich mir das so angucke Es könnte sogar auch von den Schubdüsen hinkommen Nee, Bram hat weniger als ich Da ist eine Schubdüse nicht angemalt, Peter Zwei Ja, da bin ich nicht reingekommen Warte mal, du hast... Warte mal, du hast... Sowieso jeder schon mal drei Dann fangen wir mal an mit den Extra-Sachen Reifen Hatten wir gesagt Ja, Peter kriegt alles Da kriegt Peter Ja, außer die Schubdüsen Peter kriegt für Reifen eins Alle anderen haben mehr Reifen Wobei, Sepp und Jay haben vier Ich hab 28 Schubdüsen Äh... Wenn weniger als Peter Dann... Hatten wir gesagt Schalter und Knöpfe Vier Das seh ich bei Bram Sieben, sechs, fünf Fünf Jetzt hab ich Aber auch fünf Aber auch fünf Sieben, sechs, fünf Nein! Extra-Leben für mich! Ach komm! Extra-Leben für Peter Shit, hätt ich die mal verbunden, ey Also, Reifen haben wir Knöpfe haben wir Hast du echt Knöpfe, die nur zu zielte sind? Nee, ich hab die Schubdüsen in Meere unterteilt Die hab ich nicht mitgezählt Ich hab auch einen aus Versehen da noch zu viel dran Achso Ich hab nur die benutzt Du kriegst ja nicht alle Schubdüsen an einem Knopf dran Dann hatten wir Steuereinheiten Keine Zwei Ja, keine Chance Brauch ich nur gar nicht nachzählen Ja, klar Also, keine Ja, schon Peter hat halt keine Das ist das nächste Extra-Leben für Peter Krass Peter, dir ist schon bewusst Dass wenn wir alle drei Leben haben Und du Sechs oder sowas Auf wen man dann zuerst geht, ne? Die Taktik hast du dir auch schon gesagt Ich mach euch einfach weg Ja, okay Das kann natürlich sein Wenn du uns jetzt trotzdem wegmachst Obwohl du halt Licht verbaut hast Okay Also, wir hatten jetzt Warte mal Wir hatten jetzt Reifen Wir hatten Steuereinheiten Wir hatten Schalter und Knöpfe Jetzt fehlen noch Motoren Motoren Null Ja Gewinn Peter What the fuck Warte, jetzt haben wir noch Schubdüsen Ähm Peter hat Ja, ich hab mehr als 28 von Sepp Ja, ich hab mehr als 28 von Sepp Ich hab 28 Sepp hat 28 1, 2, 3 8 Ich hoffe das Ich hab 19 gezählt 29 zähle ich bei Bram Ist das richtig? Das heißt, der würde mit einem Yes Eine Schubdüse Ich wollte eigentlich nachzählen Man sieht halt nur das, was man sieht Ne? Ja, ich hab halt 19 für vorne gezählt Guck mal hin Ah, stimmt Warte mal Also, ich will jetzt hier nicht Bram Spielchen nachgucken Was er verbunden hat 6 9 10 11 12 Ich hab 29 Ja, insgesamt 19 Er hat 12 glaube ich Hitze verbaut und vorne die, oder? 12 und 17 sind 29 Ja Okay, dann heißt das letzte Leben geht an Sepp Yes Da kommen wir heute zu einer, äh, zu einer Aufstellung von, äh, Jonathan, 3 Leben Dennis, 3 Leben Sebastian, 4 Leben Peter, 7 Leben Nice Also, mal gucken, wer hier was nutzen kann Ob sich das ausgezahlt hat, wenig oder viel zu bauen Alter, wie männlich ist Peter denn? What the fuck? Peter hebt einfach ab Mega gut Ne, das kann ich nicht Das kann Bram heben Guck mal, der schwebt sogar schon Krass Ja, äh, warte mal Wo sind die sitzen? Bei Jay ist der so mittig hin Ja, wobei, ne, mittig vom Fahrzeug Bei Sepp ist der sowieso mittig Bei Bram auch Aber bei Peter muss der mittig sein, sonst macht der den Abgang Kommen wir mal zur ersten Runde Ich würde sagen, 3, 2, 1, go, go So, irgendwer bummst doch jetzt hier richtig rein, oder? Mal gucken, was passiert Oh Gott Oh, Jay fliegt schon Das ist schlecht Mal gucken, ob Jay wieder landen kann Ah, da ist er schon auf dem Boden gewesen Oh 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 Bei Jay, also sowohl bei Jay als auch bei Bram sieht man aber bei beiden, dass die durchdrehende Räder haben Ja, ich hab den Ei niedriger gemacht, damit das nicht passiert Okay, also Jay hat ein Leben verloren, der ist, ähm, mit zwei Leben jetzt, äh, hinten Und, ähm, ja, ist schade Kommen wir mal zur nächsten Runde Ja, sehr schade 3, 2, 1, go Ah, wer geht denn jetzt hier auf wen? Jay, versuchts mal an Sepp, der aber erfolgreich ausweicht Peter versucht sich am... Oh, das ist aber jetzt zu schlecht, warum bricht denn dann ab? Oh, warum geht denn die Klappe auf? Oh, shit Oh, ist aber doof Der Bramsplan könnte ja aufgehen, die Leute aufzunehmen und Sepp rauszuschieben, weil er da auch einfach mal macht Ja Warum funktioniert denn damit der Klappe nicht? Nice Hä? Ich weiß nicht, was du mit Klappe meinst, aber... Ja, warum klappt meine Klappe um? Klappe klingt so, als soll die umklappen Nee, dat soll nicht klappen, dat soll... Die Klappe soll nicht klappen? Da nenn die doch nicht Klappe Nee, soll nicht klappen Warum klappt die Klappe? Alter Das ist doch kacke Als die Klappe klappt Ja, aber wenn dat klappt, ist doch super Nein, dat klappt nicht! Das soll nicht klappen Das soll fest sein, die Scheiße Ich finde das immer schön, wenn bei einem alles klappt. Hannibal hat dann auch mal gesagt, ich liebe es, wenn dein Plan klappt. Wie mache ich denn das? Bist du jetzt fertig oder klappt das bei dir doch nicht? Mir klappt gar nichts. Ja, wirklich. Ja, okay. Also Sebastian hat Leben verloren. Aktueller Status, nur um den nochmal. Also Jonathan 2 Leben, Sebastian 3 Leben, Dennis 3 Leben, Peter 7 Leben. Selbst wenn du das nicht in meine Zeit gezogen hast. Ja, hey, der Fairness halber muss man ja an den Status nochmal sagen. Okay, nächste Runde. Drei, zwei, eins, go. What the fuck? Warten wir mal kurz. Ja, und Leute. Jawohl. Ja, ihr Ficker, so machen wir eure Action. Nee, bewegt dich. Ich bewege mich doch die ganze Zeit. Nee, nicht wirklich. Ja, ich bewege mich. Ja, ich bewege mich. Aha. Ihr bewegt euch alle nicht. Ja, hier, ich kann auch. Ja, ich stehe da. Ja, ich stehe da. Ich fahre überall drauf. Guck mal, Jey bewegt sich doch. Alles super. Ja, da ist er. Jetzt noch hui, bumm. Ihr seid echt Lappen. War aber ein gutes Manöver, muss man sagen. Oh, da geht es aber. Das ist Ramm raus. Ich meine auch, er hat den Boden berührt. Das habe ich nicht, dass der Schiri den Boden berührt hat. Er hat die Schiri berührt. Ja, klar, Schiri den Boden berührt. Ja, okay, aber du bist jetzt raus, oder? Ja, echt? Oder fliegst du noch? Ich habe nichts gesehen. Ich habe das nicht gesehen, weil der Boden berührt hat. Schatz, ob er wieder drin ist. Okay. Wenn der Schiri das nicht gesehen hat, dann geht er weiter. Da war ein Schiri vor. Schiri, ey, mach mal die Augen auf. Ja, fröhliches Schiebe. Oh, ein Bram und Bram geht das wirklich auch. Oh, das ist nirgendwo. Peter, einfach mal da drüber schrappt. Was macht ihr hier alle auf mir drauf? Ja, keine Ahnung. Du wolltest auch die Leute auf dich drauf nehmen. Ich habe gar keine FPS. Oh, Bram, das war aber knapp. Oh, Jane, das ist aber auch. Ich sehe gar nichts mehr. Du stehst genau. Oh, nee, Stein. Oh, Bram. Oh, Bram, das ist auch nicht so gut für dich. Kriegen wir hin. Peter, worauf wartest du eigentlich? Ja, guck doch mal, da hängt einer außerhalb. Ah, nee. Oh, ich kann dich mal Peter wegschieben hier. Oh, guck mal. Oh, Bram, oh, Bram, oh, Bram. Alter, wie groß kann der fliegen, bitte? Oh, ja, nee. Moment, Moment, Moment. Ich habe es, ja, ich mache es gleich. Peter, du fliegst doch raus, ne? Guck mal, jetzt, warte, lass mal Bram. Ja, lass mal Bram da jetzt erst mal. Ja, komm, ey. Der ist gerade in der Null hier. Lass uns dann bitte retten. Der Kim, oh, tschüss. Wo ist er denn? Der arbeitet dran. Bei Jays Bauplatz. Über Jays Bauplatz. Ich arbeite dran, Jungs. Ich glaube, er kommt nicht weg. Moment, ich muss kurz drehen. Jetzt fängt er in den Bau. Jawohl, ich komme wieder zurück. Was ist er denn? Da kommt er, da kommt er. Oh, der reicht nicht. Oh. Scheiß. Aber ein Comeback war möglich, sag ich mal. Er ist in der anderen Arena gelandet. Ja, der zählt nicht. Geil. Das war besser als gedacht. Ich glaube, mit dem Steuern. Also auch wenn das ein Fail war, war das ein guter Test. Ne, aber Jay war eben vor Dennis. Ich weiß nicht, ob der halt nur auf dem Stein war oder auf dem Boden. Keine Ahnung. Im Endeffekt ist das Ergebnis ja das gleiche. Das ist richtig. Das ist gut. Ja, trotzdem haben wir dann aber Dennis und Jay mit nur noch zwei Leben. Sie haben mit drei, Peter noch mit sieben. Zeichnet sich hier vielleicht was ab, wer weiß. Es sind alle bereit. Wir machen weiter in drei, zwei, eins, go. Oh, ein bisschen langsameres Testen hier. Nicht den Peter. Peter könnte man so rumschubsen wie so ein Ball. Nur halt als Würfel. Boah, ich bin reingegangen. Oh, nice. Jetzt häng ich in Jay drin. Das finde ich schon mal schlecht. Nee, du hängst doch nur an seinem Reifen, oder? Ja, aber der hängt nur an seinem Reifen. Oleg, Oleg. Ey, komm. Gut. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Jay. Was passiert hier? Hä? Nee. Das war an Jay's gelandet. Was passiert hier? Jay, mach mal hinterlos. Ey, dieses Spiel ist einfach so verfickt buggy, man. Das war geil. So ein Haufen programmierte Scheiße. Also bei mir hast du Bock gezählt und du bist außerhalb der Arena gelandet. Das ist echt, was passiert ist. Das war knapper. Nee, das stimmt. Aber das war knapper als bei Bram. Okay, das habt ihr vielleicht gesehen. Ich habe das anders gesehen bei mir. Das ist halt Dreck. Ich sehe das auch immer anders. Das ist so nervig. Ja, dann geht's weiter, würde ich sagen. Alle sind bereit. Drei, zwei, eins, go. Ey, Peter macht da aber auch das... Ey, genau, leck halt wieder weg. Was? Lecken? Wen leckst du? Alter, ich würde mich lecken. Ey, 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 ey. Da kommt die grüne Seite von Peter. Wir wissen alle, da wo grün ist, ist vorne. Ja, ist halt echt so. Was sagt denn Simon? Oh, ähm. Sepp auf dem Kopf, aber kein Problem. Soweit ich weiß, hat er damals nicht vorgesucht. Peter hat ihn gefangen. Peter weicht einfach nur aus. Das ist echt... Der Move ist nice. Oh, er ist noch drin. Ey, der war noch drin. Alles gut. Ey, das geht mir gar nicht, oder? Mir gefällt das schon ziemlich gut. Sepp ist schon wieder auf Bram drauf, aber drüber gefahren. Ey, was ist das denn hier? Hör mal auf. Jay, du machst alles kaputt. Oh Gott, der hat sich einfach auf Sepp draufgelegt. Das ist auch eine valide Taktik. Ey, Peter steht auf der Seite. Oh Gott, was ist denn da los? Jo, Moment, meine Kamera kommt nicht klar gerade. Und mein ganzes Spiel kommt nicht klar gerade. Ja, die Frames machen gerade auch schon mal Feierabend. Gott geht! Mein Pellet needs me! Ne, doch nicht. Moment, halt. Du stehst. Alles gut. Also, zur Übersicht sind Bram und Sepp beide in der Mitte in der Arena, wo Jay einfach drauf nicht aufbeidet. Ich kann ja gar nichts mehr machen. Ich war kurz, dachte ich mir so, okay, alles klar, Junge, jetzt fliegst du los. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade noch passiert. Fliegen könnte, das wäre krass. Du drückst uns auf den Boden quasi. Ja, mit 8000 Schubdüsen, was ist denn das? Hat der die aktiviert? Das sehe ich gar nicht. Wenn ich jetzt loslasse, also wenn ich jetzt die Schubdüsen ausmache, bin ich tot. Deswegen mache ich das nicht. Hä? Dann kann ich doch gar nicht weghauen. Ja! Ist doch okay. Wenn ich die ausmache, dann bin ich tot. Dann wäre ich... Dann machen wir es mal schuld. Ja! Du kannst das nicht ebnen an. Da sind 5000 Schubdüsen auf dem Boden. Kommt der da nicht weg von Jay? Nee! Der drückt uns ja auf den Boden. Mal gucken. Ich bin da runtergefahren gerade. Ja, du bist drunter gekommen. Ich will aber raus hier aus dem Schmutz. Raus dem Schmutz. Oh, jetzt geht es Richtung Seitenausgang. Nee, Peter, der geht jetzt nochmal in die andere Richtung. Oh, ich habe ein bisschen Sorge. Oh, Peter, was machst du da? Ah, ich habe da gar keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. So, jetzt sind wir wieder frei. Oh mein Gott, Jay ist raus. Jay ist raus. Hä? Du hast dich auseinander geflippt und dadurch ist er rausgeflogen. Kein Problem, ich habe nichts. Okay, sehr gut. Okay, vielleicht wird es jetzt lag freier. Juhu! Mal gucken. Ah, ja, ja, ja. Also, das war für Jonathan mit dem Spiel, glaube ich. Okay, also, Bram hat... Nee, Moment, doch, fangen wir da an. Bram hat noch zwei Leben, Sepp noch drei, Peter noch sieben. Oh, Bram hat auch das Spiel verlassen. Peter, Finale. Der ist nur neu gejoint. Okay. Alles gut? Okay. Runde, ich habe vergessen zu zählen. Nächste Runde. Scheiße. 3, 2, 1, go. Wie hieß denn nochmal meine Schildkröte, habe ich am Anfang gesagt. Äh, Günther. Kann man Peter... Günther, nicht Josef? Weiß ich nicht. Peter ist doch schmutzig. Das ist einfach... Oh, Peter gerade aber richtig hart durch die Gegend. Bram ist der einzig wahre Gegner hier. Ich frage mich halt auf, wie sich Peter im 1 gegen 1 schlagen würde. Bram kommt doch unter mich drunter, ey. Das ist freudig. Lass doch auf den Kasten gehen. Ja, der Kasten ist doch... Also, Bram. Man geht auch nicht auf kleine Kinder, nur weil sie schwächer sind. Oh, hey. Nee, nee. Wieso denn nicht? Nee, nee. Was machst du denn? Sepp, nein. Nein. Sepp, Sepp schiebt da auch mal die Leute durch die Gegend. Endlich funktionieren hier die Sachen, wie sie sich gedacht haben. Äh, nee. Nee, das war falsch. Zu viele falsche Knöpfe. Aber Peter ist auf dem Kopf, wie kann er sein? Was ist los? Ja, ich bin glücklicherweise auf dem Kopf. Das ist korrekt. Oh, aber jetzt bin ich wieder richtig rum. Alter, wie gut er fliegen kann. Alter, Peter ist home up. Oh, das war echt richtig unterwegs. Ja, komm, jetzt bin ich auch bei dir hier. Oh, da war er am Boden. Da war ich am Boden. Da war es auch. So, zack hier. Weg mit der komischen Blackbox. Alter, dieser Kasten, Junge. Wie gut der auch sich zu steuern lässt. Peter ist voll drauf. Merken wir uns, vielleicht neun Meter. Brauche ich Räder? Ja, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ihr seid noch ein bisschen stärker, aber mal gucken. Nee, glaube ich nicht. Ich habe noch sechs Leben. Aber du hast auch viel Baitpotenzial. Ja, das stimmt. Genau, also da ist viel Baiterei. Peter hat noch sechs Leben, der hat eins verloren. Peter hat nur neun Schubdüsen in eine Richtung. Ich habe ein paar mehr. Ja, aber nur nach vorne, oder? Ja, aber das reicht ja, wenn ich dich vorne treffe. Ja, das ist richtig. Das hast du gerade gesehen. Hi. Na ja. Oh, was? Gucken wir mal, ob das reicht. Runde nächste. Drei, zwei, eins, go. Peter, als ob du jetzt hier wieder... Peter fährt aber auch im Zickzack. Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt hier für Sagen? Wie viel Leben hat Peter noch? Nur mal so als Rand... Sechs. Okay. Bram? Bram ist auf dem Boden. Ja, war auf dem Boden. Ich wollte gerade vor dem Schlag auf Peter zu gehen, ja? Ja, das war so, aber dann hat Peter einfach so ein Schlag an der Leaks gemacht. Du bist an mir vorbeigefahren. Ach ja. Herrlich. Geil. Einfach nicht gebatet. Du bist gleich ausgewichen und... Okay, ab dafür, Baby. Okay, ab dafür. Drei, zwei, eins, nächste Runde. Vorsichtig. Okay, Peter, das ist jetzt. Guck mal, Peter fährt aber auch zu komischen Zickzack-Linien. Sechs hat er noch. Sechs, ne? Oh, guck mal. Oh, Moment. Und... Auf der Seite. Auf dem Dach. Ich glaube... Ne, jetzt, komm! Bram, komm doch nicht... Oh, eui, 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 eui. Ja, du bist ja auf dem Boden. Ja, der ist auf dem Boden, der Boy. Ne, also, ich bin ja eindeutig auf dem Boden. Ja, das war cool. Das hat mich angemalt, hab ich gerade gesehen. Du hättest das Skater-Buch sein können. Oh, nice. Ich kann mich sogar flimmen hier. Ich dachte, das Dach ist der Sinn, dass man sich flippen kann. Ne, also so flippen mit den Schubdüsen dann von der Seite. Aber Sip konnte sich dazu gerade noch erlauben, muss man sagen. Er hatte noch drei Leben, jetzt hat er noch zwei, Bram noch eins, Peter noch sechs. Gut, dass ich ein extra Leben hatte. Jo. Alle fällig? Ja, ja. Drei, zwei, eins, weiter. Jetzt bist du dran, jetzt findest du eins. Wie ausgerechnet das denn? Weißt du, er reicht nur aus. Du musst von wegen angreifen, hier. Da, so. Oh, shit. Oh, der hat Bram den mal gekriegt. Oh, da ist Peter draus. Ja, ich war auf dem Boden. Jetzt ist der Schiri auch mit Argus-Augen hier unterwegs. Ja, wenn man die Fahrzeuge auch mal sieht. Ja, echt mal, Peter, ne? Du musst halt den Terrain nutzen. Weißt du, ich hänge. Fuck. Komm, ich helfe dir, da muss der Schiri da nicht runter. Ja, das wäre nett. Ach so, deine Figur selber. Ich hänge irgendwie in meinem Auto. Ah ja, tackeschön. Peter, ein Auto hat Reifen. Hast du das jetzt gelöscht? Ah, ne, da hinten hingestellt. Ja. Ich hab's nicht einfach. Ist er denn richtig, dass auf der grünen Seite ein Block fehlt? Der toll war, das da hinten hinzustellen, nicht das Auto direkt zu vernichten. Ja. Hm, hast nicht abgespeichert. Oh doch. Alles gut. Okay, Peter hat nur noch fünf Leben. Oh ne Scheiße. Das ist Sepp zwei. Und alle sind bereit. Drei, zwei, eins, weiter. Fünf Leben noch. Oh, da hat sich Peter aber diesmal entschieden, in den Angriff zu gehen. Nebra, ich bin nicht bunt. Oh Gott. Die Herrschaften sind sich da nicht ganz so einig. Doch, versuch wieder Sepp. Ja doch, ich bin mich schon einig, dass wir auf Sepp gehen sollen. Oh Sepp, da bist du raus. Ich bin raus. Da hat er Sepp rausgeschoben. Wobei, also mit feindlichen Kräften haben sie es gemacht, muss man ja mal sagen. Ja, zählt ja auch. Ey, hör mal ab. Nehme ich also. Raus ist raus. Ach Gott ey. Manchmal. Ich weiß immer noch nicht, ob das eine gute Taktik ist, Sepp versuchen wegzumachen oder lieber auf Wiener zu gehen. Du bist voll der Reunige. Voll der 43er. Ja genau, der 43er. Der 43er mit Milch, bitte. Ja, damit Sepp und Bram jeweils nur noch eins. Peter noch fünf. Oh Mann. Drei, zwei, eins, go. Vielleicht haben wir gleich schon Finale. Peter versucht zumindest sein Bestes. Der macht aber immer, der macht hier die Wide Receiver Moves. Ohne Scheiß, weißt du. Der läuft immer außen an, dann zieht er nach innen. Das ist wie beim Football hier. Ich weiß nicht, was er bedeutet, aber das klingt smart. Ja, das klingt sehr smart. Vor allen Dingen Bram, nachdem Peter ausgeliehen ist, kann ich jetzt Bram und Sepp aneinander. Hä, wieso bin ich jetzt auf Peter und Bram? Oh ne, der ist schlecht. Der ist ja Sepps vorne. Dann hat es wieder schlecht. Oh, schön. Holy shit. Ich glaube, Bram und Peter hängen ineinander. Oh, ne, ja. Oh. Weeg! Weeg! Oh, ne, ja. Oh, oh Gott. Oh, war ja. Oh, jo, jo, jo. Ich schau sie dir! Nein, 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 doch nicht. Wo fliegt der denn jetzt? Was去 sie denn? Jetzt, ich kann doch nicht fliegen. Jetzt hängen die Beine hier dran. Oh. Oh mein Gott, ihr seid wieder getrennt und ihr seid beide immer noch untere. Wahnsinn. Das war echt ein wunderschöner Move, muss ich sagen. Egal von... Oh, Peter! Alles klar. Das hatte viel Schönes, muss ich sagen. Das war Play of the Game gerade. Der ist gerade nur so ein Randstein, muss man sagen. Bram fliegt schon wieder. Das ist doch jetzt scheiße, wie ich hier stehe. Wo haben wir jetzt hin? Ah, ne. Doch. Ja, doch. Das war auf der Linie. Ja, geil. Neh mich. Ach, komm ey! Hey, was machst du da eigentlich? Warte, es ist zumindest schon mal ne Ecke. Ach, Peter, jetzt wieder reinjumpf? Ja, gib ihm! Nee! Das ist doch hier alles dumm, Peter! Ich bin's lecker von deinem Webbacker. Ein bisschen mit dem Feld geklingelt. Das ist aber auch ganz schön. Ah! Vorsichtig mit deinem Windekreis. Oh, nee! Das kann Sepp nicht ganz nutzen. Das ist ja ein Feld nach dem nächsten. Das ist der Shit. Oh, nee! Oh, Peter! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Uff! Alter, das war jetzt aber auch anstrengend, die Runde. Ausgewuppt. Das hat so lange dauert, Peter ein Leben zu bauen. Ich hab nur ein Leben, ja. Und dann muss ich mit ihm solche Flugexen machen, ja. Und dann muss der Schiri auch noch einen Gerstenkorn im Auge haben und mich auf der Linie liege und so. Ich weiß selber aber nicht, ob ich auf der Linie lag. Da war ein bisschen Salz im Auge. Ja, Peter noch vier, Bram noch einen, Sepp noch einen. Stehen auch alle wieder bereit. Drei, zwei, eins, weiter! Ja, auch vier, ey! Das ist so eine richtige Trollkarre, muss man sagen. Der ist halt auch so unfassbar beweglich. Da, jetzt spielen wir ein bisschen Flukki bei mit dem. Nach Bram. Ich frag mich, ob Peter die Seiten noch anstrengen könnte, dass die Leute auch noch über ihn drüber fahren. Take down? Nix, take down. Ich mach mal take down hier. Sepp liegt auf den Kopf. Peter legt sich drauf. Bram nimmt Anlauf und... Nein! Das war ja jetzt ganz schön. Das sah aus, als wolltest du Bram ausweichen und das einfach so diese drei Blöcke da aus. Deswegen bin ich ja auch wirklich schon ganz langs. Aber ich dachte, wenn ich da jetzt voll reinballert, dann macht Peter irgendeinen Wichser-Move wieder. So einen Schritt nach rechts, einen Schritt nach links. Dann kann ich auch den Kopf aufbewegen. Aber irgendwas ist gerade passiert. Also Peter hat nur noch, muss man sagen, drei Leben. Das ist scheiße. So viel wie Bram am Anfang. Ja, da ist schon einiges runtergegangen, muss man sagen. Äh, drei, zwei, eins, weiter geht's! Ja, doch ein bisschen verhaltener angefangen. Nee, Peter! Nee, Peter! Oh mein Gott, jetzt kreist er seine Beutel. Ich kreist er nicht aus. Nee! Ich klinge! Das kann halt nicht so. Schön, ja. Jetzt einigen sie sich auf Sebastian. Nee, doch nicht. Oh, Peter ist doch wieder im Wind des Geschehens. Und ist raus! Nein! Jaaa! Alter, was hat er jetzt mit Peter gemacht? Wir haben ihn gebrochen. Irgendwo ist da jetzt echt der Wurm drin. Das ist nur noch zwei. Peter hat nur noch zwei Leben? Ja, Peter hat nur noch zwei Leben. Ja, gute Info. Sepp hat auch nur noch zwei? Nee, Sepp hat auch noch eins. Nee, Sepp hat noch eins, du Arsch! Sepp hat noch eins, okay. Sepp hat noch eins, okay. Sepp hat eins, Bram hat eins, Peter hat noch zwei. Das ist ein Free Fall, hier gibt's kein Betray! Doch! Wir waren nie in einem Tief! Du hast voll den 43er gemacht! Du hast gesagt, wir arbeiten zusammen gegen Peter. Ich hab gesagt, nee! Und dann hab ich dir ausgesucht. 3, 2, 1, weiter geht's! Mal gucken, also Teambildung, mein Gott. Ach, Peter, das lohnt sich gar nicht auf den zu gehen. Der muss irgendwann mal einfach kommen. Peter, jetzt hau mal ab! Jetzt hast du meinen Reifen gesnackt! Oh Gott! Ja, ich weiß auch nicht, wie das war. Oh, Peter, du musst raus. Ach, komm schon! So ne Scheiße, ey! Ja, hab ich gesehen. 4mm über der Linie, Peter. Da muss man mal genau sein. Kann man ja jetzt nicht immer... Kann ich so leider nicht durchgehen lassen. Peter, du musst dir die Seite hier ausziehen, auf der ich stehen. Da ist die Linie weiter weg von Christian, da sieht man ja nicht so. Ja. Ja. Was hast du denn im Spiel eben sein sollte? Meine räumliche, meine räumliche Wahrnehmung ist auf Distanz nicht mehr so gut. Ähm. Ach, herrlich. Also, wir haben jetzt definitiv ne Runde, wo einer rausfliegen wird, weil alle nur noch ein Leben haben. Ja. Ja. Ich hab Peter echt runtergezackt. Na, mal gucken. Drei, zwei, eins. Go! Jetzt kann es natürlich taktisch werden. Den will man im Finale haben! Hör! Ich weiß nicht, was Peter macht, aber Peter möchte glaube ich nicht ins Finale. Ach! Ja, Bram versucht hier auf jeden Fall mal einen Zap. Peter sagt aber nö und nimmt sich Bram mit. Alter, nee! Oh Gott, das wäre fast buggy geworden. No! Oh, Bram. Oh, Bram auf den Kopf. Oh nein. Da kommen direkt die, da kommen die Arme raus. Versuch sich überall festzuhalten, was geht. Hat aber nicht geklappt. Oh, Peter ist sehr schnell unterwegs. Oh Mann! Das war echt mit dem Ausgang. Aufpassen. Was ist denn jetzt? Peter hat Bram gedreht. Okay, jetzt hab ich wieder die Problematik. Okay, Moment. Nein, Bram! Ah, jetzt. Jetzt ist Sepp auch Bram drauf. Arbeit ist allerdings dagegen. Kann schon. Jeder hilft. Wird weggeschleudert. Shit! Da fehlt nicht mehr viel. Aber ich bin noch nie am Boden. Nö, nö, nö. Also Sepp ist überhaupt nicht am Boden. Ich sag, ob ich da doch am Boden bist. Da kann auch gerade nicht mehr geschoben werden, also. Ach komm schon. Ich habe aber gerade die Felder gesehen, die Sepp nicht angemalt hat. Das sind Streffel. Und jetzt ist Sepp runter. Oh scheiße, nein. Braucht jetzt allerdings noch ein bisschen Zeit, um sich wieder aufrichten zu können. Ja. Das sieht okay aus. Was passiert hier? Hä? Kick down! Nice! Was ist das denn jetzt hier? Das ist echt, wer hat den stärkeren Arm, der ihn wieder aufrichtet. Oh yeah! Alle wieder richtig rum. Oh yeah! Ach, Peter, jetzt geh doch mal deine Mutter bespaßen. Oh, Peter, das war knapp. Jetzt so? Nee, Bram, das funktioniert. Oh, was? Ja, da war sie draußen. Aber war mein Sitz noch draußen? Ja, okay. Naja, hier wird nichts angezweifelt, ja? Wenn ihr spielen sollt, dann bist du draußen. Nein! Äh, give it kind. Ich hab das auch gesehen. Schiedsrichter am Kommentator. Ach so, warte mal. Ich kann auch auf die anderen Seite. Ihr könnt euch auch gerne nebeneinander aufstellen. Also, das ist für mich auch fein. Äh, Bronze geht heute an Sebastian. Ah, Mann! Fridolin, die Schildkröte. Schade. Peter, was machst du denn da? Also, lol, so musst du einsteigen. Ja, so steig ich die ganze Zeit an. Warte, ich stell mich noch richtig hin, Bram. Das werd ich verlieren, ich seh das schon kommen. Das weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Auf jeden Fall können wir uns jetzt angucken, wie das funktioniert, wenn Peter im 1 gegen 1 ist, ob er immer noch so ausweichen kann, ob Bram da eventuell immer macht. Ja, jetzt bin krass. Wer weiß, das heutige Finale, Bram gegen Peter. Kommt. Beide haben nur ein Leben. Also, kann potenziell auch nur ein Match geben. Drei, zwei, eins, go. Ich werd da nicht voll speed drauf fahren. Warum nicht? Warum nicht? Mein halber Schritt nach rechts machst du es nicht. Okay, du bist auf keinen Fall stärker als ich vorne. Aber wenn man, wenn man den Würfel mal haut, kann er sehr schnell aus dem Gleichgewicht. Oh mein Gott. Der Finger. Ey, du hast den Finger reingesteckt. Zieh ihn bitte wieder raus. Oh. Moment. Peter. Peter. Nee. Oh, Steine. Können die Steine retten. Oh, Peter. Da ist die falsche Richtung. Oh. 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 Oh mein Gott. Der kommt zurück. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Oh nein. Oh mein Gott. Wie knapp das noch war. Das sind fünf Meter bis zur Arena gewesen. Aber geil, dieses Gefühl, diese Panik, die man in der Luft hat. Okay, du musst jetzt den richtigen Knopf drücken. Welcher ist es? Welcher ist es? Ich hab vier Stück. Welcher ist es? Wahnsinn. Damit haben wir den heutigen Gewinner. Der steht da fest. Dann haben wir dann brav gewonnen. Ja, er hat den Glückwunsch brav. Glückwunsch brav. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Minimalismus zahlt sich nur so halb aus. Damit wird man zumindest Zweiter. Aber um Gold zu holen, braucht man dann halt doch... Wir sind alle. So sehr freu ich mich für dich jetzt auch wieder nicht. Um Gold zu holen, brauchst du dann doch die Balance. Das war's mit Profi4Heide. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Natürlich auch danke nochmal an den Vorschlag. Ihr dürft natürlich auch gerne weiterhin Vorschläge einschicken. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bei einer neuen Folge. Macht's gut. Tschüss.